Wo wenig Rotationen drin ist, aber die immer wieder schnell auf einen zukommen, wo wieder kurz, kurz. Kein Axie-Punkt. Ja, aber es geht los mit diesem kurz, kurz. Ja, also ein kurz, kurz kommt er nicht raus. Was ich mich dann frage, ist halt dann, warum er nicht den Mut hat, doch halblang und lang aufzuschlagen. Er hatte den.